so und es geht weiter wir haben mit diesen kleinen vorzies gerade alles besiegt ja ich kann immer noch snipen zum glück da kann ich anvisieren wenigstens ob da gegner sind oder so ich bräuchte jetzt einfach nur muni mehr nicht zum snipen halt leben ist jetzt brauche ich nicht mal leben im moment jetzt habe ich ein problem ich weiß jetzt genau wie ich das wir machen soll nur muni probleme halt ne wie weit bin ich dann schon euch bald da bald ach kacke so eine kacke naja wenigstens haben die roboter noch mal gelevelt so dass ich den auch kriegen konnte ich wüsste nicht was ich gemacht hätte hätte ich das nicht mehr geschickt hinbekommen ich muss hier hacken ach ja wie mache ich das nummer gut nächstes level war das habe ich gehasst schreibengleister oder hat das ja schlimm gut so nächstes ja jetzt kommen nur rote erstmal toll was bringen die mir nix jetzt kann ich mich im kreis drehen wie so ein horst boah das ging ab gut nächste ich frage mich gerade wie viel das sind aber da steht hier irgendwo vier von vier ok so im kreis geht das scheinbar gut so gut geschafft okay das ging doch mal im hacker einigermaßen jetzt ach nein komm net ich frage mich gerade wie viel da stehen ach nee ich habe gar keinen speicherpunkt und bin aber fast bald ich bin fast da ja wenn das steht bla 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 jetzt warten alle auf dich nämlich in acht jetzt das wird schon schwieriger und dann habe ich nochmals mehr muni ne das ist auch mal cool ne wenigstens da unten kann ich doch schon mal weg da unten so ja gut habe ich auch toll nitro werfer wird gesteigert was bringt mir das nix jetzt brauche ich wirklich noch mal leben gerade leute das ist ja cool die treffen mich gerade mit ach muni alter was geht denn ab schießen genau das ist richtig genauso will ich euch sehen und ihr lebt weiter oh nein nein ich kann noch nicht so das ganze spiel jetzt weiter machen ist der dort ja oh ihr seid gut ja toll da was was bringt mir das ganze geld warum haben die jetzt mal reingebaut so dass man ist hier noch was bitte nicht bitte nicht alter ne gut warum die haben die jetzt nicht so reingebaut dass man anstatt äh nur so nitro werfer oder sowas kriegt dass man auch mal sniper muni oder so rein kriegt äh so kriegen kann weil das braucht man auch sehr stark so als erstes gehen wir dahin oh so hätte ich die auch kaputt machen können komm schon hallo geht ned super klasse aha jetzt kann ich da hoch erstmal nur ich frag mich grad wie ach hier also hätte ich die aber auch kaputt machen können aber so wat von ja erstmal hier alles zerstören so dass ich gleich nur noch aufsammeln muss gut so jetzt sammle ich erstmal das auf bevor es sich noch verschwinden bevor es noch verschwindet das werde nämlich noch dümmer aha ja ich wette wenn ich das jetzt rein mache kommt direkt gegner ne ne ich weiß noch nicht was passieren soll das ist auch cool ne oh shit jetzt bin ich an die maus gestoßen so ok ich hab wieder 6 türme 6 türme im Gegensatz zu dem was da alles kommt 6 türme gar nichts aber ganz und gar gar nichts die sind alle noch gepanzert wie so idioten und ich bin fast tot alter schwede tot saugut ey saugut ne ne alter von anfang an muss ich das jetzt machen ich war schon so weit ja bis da war ich schon ich war jetzt schon fast am ende aber ne man muss ja dann auf einmal geil kurzer black screen lol äh man muss ja auf einmal verrecken ne und muni gibt es ja auch nicht zwischendrin für sniper oder so oder generell muni ein bisschen halt so toll toll jetzt kann ich grad schon nochmal verrecken gehen tschüss ohne witz das spiel ist so schwer doppel ich glaub das wird billiger wenn man mehr auf einmal kauft irgendwie anstatt so einzelteile so ja stimmt er überlebt hat ja stimmt ha 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 das war's ja dann 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 verreck so komm hier krieg ich ja noch genug theoretisch aber eigentlich auch nicht aber egal ne tschüss davon krieg ich nix mehr rein und zwar gar nix was hat der dat überlebt den schuss alter was wird denn das wenn es fertig ist boah ne jetzt habe ich schon wieder so wenig leben naja ich hoffe wenn ich so weiter vorgehe wie gerade vorhin dann hab ich ja wieder ein bisschen leben im überfluss aber scheint nicht so hier so so alter schwede aha jetzt sind auf einmal beide tot und gerade freundet oder wie naja egal so soll mir recht sein ich hoffe dass ich jetzt nochmal so schnell da durchkomme ja cool trotzdem bisschen dumm ist es schon dass ich jetzt so verreckt bin weil die gegner kommen ja wieder ah so kam ich halt halt hoch jedes mal vergesse ich stattdich dann so nicht hochkommen hoi oder ja hier sind sie wieder hallo ihr bangards ach ach kack erst auf den immer jetzt den und dann den so ich habe noch nicht mal Zeit zum schießen und ich hatte kaum Zeit also ich habe jetzt kaum noch Muni für Sniper wie viel habe ich denn noch 5 aha nur noch das wird ja immer besser hier ne jetzt verrecke ich noch da nein nein oh man echt nett was soll das denn nur ich weiß sobald ich wieder aufhöre muss ich alles neu machen und dann dauert das noch länger das ist mein Problem jetzt halt dann komm ich kann ich nicht mehr so durchlaufen meine ich damit das ruckelt leicht schon als überlebt das sowieso das jetzt aber ne mehr kommt ihr idioten so und zieht mir diesmal nicht bitte die Hälfte von meinem Leben ab tschüss jetzt noch hier oben ihr Penners hey ne so gut ein mega Gefechtsturm das es ja auch voll bringt ne einer naja immerhin etwas ne man soll sich ja nicht zu sehr beschweren so die Türme sind wieder voll ich mach dann nochmal so zwei hin vielleicht schaffen die es ja wieder ich glaube diesmal hat einer überlebt oder ne doch nicht gut cool das trifft sich ja noch besser noch mal ein bisschen Snipermonie gespart hallo Tyro Kostüm geht doch so komm los hoch los 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 flop flop ok das geht jetzt ziemlich rasch jetzt muss ich nur noch schaffen da hinten das das okay jetzt werde ich wieder Snipermonie verschwenden naja verschwenden ist es ja nicht das ist einfach nur verbrauchen so bevor auch nur einer zum Schuss kommen könnte alle tot das gefällt mir so ok Gefechtstürme sind fast voll aber Snipermonie überhaupt nicht mehr dafür so so da ist der springt nicht mehr echt ich hab was soll das denn was soll das denn ja er überlebt geil meine Fresse ich weiß zwar ganz genau wie ich vorgehen muss aber trotzdem ist das schwer noch aha jetzt hätte ich fast noch einen Schuss vergeudet und dass man dann noch nichtmals zurückgehen kann um Muni zu kaufen wie ich sonst immer mache das ist ja auch mal zu geil kommt ihr Penners jetzt treffen die mich auch noch und machen mir 25 Damage ja jetzt habe ich noch mehr Damage 25 leben nur noch ich überlege mir grad warum verrecke ich nicht direkt so komm ich verrecke einfach das ist unnötig äh egal ich laufe jetzt einfach zu der Stelle wieder hin und mache dann die Aufnahme wieder an ich weiß nicht der Part könnte jetzt etwas kürzer sein oder ist normal ich weiß nicht bis dann bis dann